In gespannter Erwartung verfolgten im Oktober erfahrene Experten aus dem Umfeld der regionalen Wirtschaft drei ungewöhnliche Unternehmenspräsentationen von Existenzgründern aus Köln, dem Rhein-Sieg-Kreis und Hessen, die Alpha, das Gründerforum aus St. Augustin, wie so viele seit 2005, wieder einmal erfolgreich an den Start gebracht hat. Der als Alpha-Expertenrunde inzwischen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Rheinland-Pfalz und Hessen bekannte Profi-Zirkel war zusammengekommen, um unter anderem der Unternehmensberaterin Angela Illner aus Köln zu ihrem neuen Geschäftskonzept Engineering for Efficiency zu gratulieren und ein professionelles Feedback aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu ermöglichen. Auch Diplom-Ingenieur Heiner Dahmes, Inhaber der Eithorfer Firma Qualicons, profitierte von dem einzigartigen Coaching-Konzept bei Alpha und der Alpha-Expertenrunde, bestehend aus unterschiedlichsten Multiplikatoren der Wirtschaft, die Unternehmensinhaberin Gabriele vom Feld bereits seit fünf Jahren unterstützen, den Marktauftritt ihrer Gründerinnen und Gründer professionell vorzubereiten. Die Alpha-Expertenrunde gibt mir in meinen Augen die Möglichkeit, vor einem kompetenten Publikum mein Unternehmen vorzustellen und von da auch ein entsprechendes Feedback zu erhalten. Denn es kann nicht verkehrt sein, Hinweise zu bekommen, was man womöglich falsch gemacht hat, was man besser machen könnte oder ob man einen anderen, leicht abgewandelten Weg für die Zukunft einschlagen sollte. Das bedeutet für mich, mein Unternehmen vorzustellen, neutralen Partnern vorzustellen, um eine interessante Information zu bekommen, wie auch andere mein Unternehmen sehen, so dass ich mich auch dementsprechend anders verkörpern kann im Unternehmen, vielseitig und einfach verständlich. Der studierte Webdesigner und Programmierer Martin Pahl, der als Webstratege mit Hilfe von Marketing- und Gründungsexpertin Gabriele vom Feld sein Unternehmen Internet Select ins Leben gerufen hat, war sogar extra aus Hessen angereist, um Rückmeldung der Alpha-Expertenrunde zu seinem Unternehmenskonzept zu erhalten. Als Gründer habe ich hier einen wahnsinnig großen Mehrwert. Es ist eine Vielfalt von Experten hier, die natürlich ein ganz grandioses Feedback gibt und die einen Gründer wie mich enorm weiterbringt in der Entwicklung. Das ist ein Entwicklungsturbo für jeden Gründer hier bei der Alpha-Expertenrunde. Seit 2005 treffen sich regelmäßig Vertreter der regionalen Wirtschaftsförderung, der Fraunhofer-Gesellschaft, des VDIs sowie der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Hier im Alpha-Das-Gründer-Forum kann man natürlich einen solchen Hintergrund mitbekommen, wie jemand mit seinem Background eine neue Existenzgründung aufbaut. Und in dieser Präsentation wird eigentlich kompakt alles zusammengestellt sozusagen. Und ich habe hier die Möglichkeit, demjenigen ein Feedback zu geben aus meiner Erfahrung heraus. Und ich freue mich dann natürlich sehr, dass das auch angenommen wird. Auch ausgewählte Vertreter der Banken sowie erfahrene Unternehmer haben sich von Anfang an seit inzwischen mehr als fünf Jahren bei Alpha, der Gründungsplattform im Raum Köln-Bonn-Rhein-Sieg, als Feedbackgeber der Alpha-Expertenrunde engagiert. Das erklärte Ziel ist es, den angehenden Jungunternehmern wirkungsvoll zu helfen, ihre eigene Unternehmenspositionierung zu schärfen und ihre individuellen Akquisitionschancen zu verbessern. Die Alpha-Expertenrunde ist für mich eine Besonderheit, gerade hier in der Region Bonn-Köln, weil es so eine Expertenrunde, denke ich, in dieser Form nicht gibt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Beratern und Experten haben, die zusammensitzen. Das macht die Sache für die Gründer, die eingeladen werden, interessant. Wir haben Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus Marketing-Sicht, aus rechtlicher Sicht. Und diese Zusammenstellung von Experten aus den ganz unterschiedlichen Bereichen macht es einzigartig. Es ist einfach dieses zu sehen, was hier wirklich entstehen kann und mit welcher Begeisterung Leute in die Selbstständigkeit gehen. Offenbar eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Denn nicht nur die Gründerpersönlichkeiten profitieren. Auch die Experten haben seit fünf Jahren stets das Ohr am Markt und erkennen umso eher, zum Beispiel, welche Dienstleistungen im Trend liegen, welche Konzepte den Markt heutzutage erobern und was hautnah in der Region aktuell die Gründerszene bewegt. Als Vertriebler von Jugend an, Kanesan, von Berufsjugend an, freut es mich, jungen Unternehmern helfen zu können. Mit meiner Erfahrung, die Positiven wie auch die Negativen einzubringen und jungen Menschen oder jungen Unternehmern zu helfen, den Sprung ins eiskalte Wasser zu überstehen. Geschäftsleiterin und Ideengeberin Gabriele vom Feld hat mit Alpha, dem Gründerforum, ein einzigartiges Coaching-Angebot geschaffen, das Unternehmensgründer schrittweise befähigt, den unterschiedlichsten Zielgruppen am Markt gerecht zu werden. Und vor allem auch, ihre persönlichen Unternehmerfähigkeiten und das Vertrauen in die eigene unternehmerische Ausstrahlung zu erhöhen. Ein Zertifikat zum Abschluss der erfolgreichen Präsentationen macht die Präsentatoren stolz und allen Beteiligten deutlich, dass sich Anstrengung lohnt. Auch diesmal hat Alpha das Gründerforum, betreu der Alpha-Unternehmensphilosophie, Gründerinnen und Gründer wieder einmal auf Erfolgskurs gebracht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.